wow ich bin ein supermann ich kann zaubern aus diesem kleinen korn habe ich in null komma nix diese tolle pflanze entstehen ups jetzt ist mir das korn runtergefallen zu schwach um ein kleines körnchen halten zu können so produktiv okay ich gebe es zu für meine zucchini pflanze hat es noch etwas mehr gebraucht licht wärme wasser zeit merke mit den richtigen zutaten kann ich super kräfte entwicklen was sind denn meine super kräfte meine qualität kreativität ach ja das haben wir schon offenheit für neues das liebe ich geradezu neues wissen neue menschen neue ideen neue techniken ausprobieren auch mal hinfallen aufstehen weitergehen erfolg haben und dann hätte ich gern noch eine qualität oder eine superkraft die kraft andere zu begeistern und zu motivieren mitzumachen loszugehen freude zu empfinden bei dem was sie tun und freude weiterzugehen noch mal zurück zur kreativität hier meine super kräfte schon wieder gezaubert im letzten video noch spiegelverkehrt heute das problem gelöst meine momentane affirmation ich wünsche euch einen wunderschönen tag mit 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 mit